ah und wir sind immer noch im geburtstagsfieber fortnite jahre fortnite das dritte jahr fortnite immer noch voll drinnen oh yes ich liebe diesen happy birthday bus ok und nicht vergessen hier seht ihr wieder bei einer weiteren runde richtig fortnite hier auf meinem kanal richtig abglücker können wenn es denn lasst ein abo da bitte und ich springe jetzt raus ja das dritte jahr fortnite wer sagt das denn wer hätte das damals geglaubt dass fortnite so groß wird so viele kooperationen kooperationen eingeht mit marvel mit dc und 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 wer hätte das gedacht ich glaube das wird eine sehr kurze runde hier gehen sehr viele leute runter was mach ich denn und die geburtstagsmission habe ich gestern schon gemacht sorry also die geburtstagsmission mit den kuchen den kuchen den kuchen die zehn kuchen und mehreren tuchen meine güte ich lasse es yo eine kiste auf mit dir und ja wenn ich gerne snipen würde und könnte wäre das eine gute starter waffe aber soo ohja slurpees äh saufpack sorry kein slurpee kann man trotzdem slurfen na toll ey ok besser als gar nichts ja ok nehme ich mal so mit kann man so mitnehmen ja oh ja eine graue mp besser als gar keine ach die nehmen aber mit die taktik glaub ich heißt die ne die nach da die ganz nach hier ja das sind wir mal so wow ok null punkt ich hab dich ja wir haben den null punkt gekillt oh der hat ja eine waffe die ich will nein eine waffe die ich will danke ich bräuchte was zum heilen äh ja sieht schlecht aus ok ähm weiter geht's ich glaube er kommt von da ja da ist noch einer da jumpt noch einer ich hab doch einen gesehen komm mal her mein jungen äh wo bist du ich hab doch eben einen gesehen wo ist der denn hin da 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 ist er ich hab doch genau gehört der läuft da im gebäude rum mp ich höre dich übste mal ja und wir haben brutus glaube ich war es Ladies and Gentlemen, ich glaube wir haben Brutus gekillt. Oh scheiße, wir brauchen auf jeden Fall das Medikit. Verdammt nochmal. Oh, ein Fahrzeug draußen, ok, alles cool. Ist das laut zu hören, Mensch. Oh, der hat mehr als eins. Oh oh. Hä? Wo ist der? Ach, da oben. Äh, ich wollte zwar nicht an der Tür hängen bleiben, aber ja. Ey Kumpel, hör auf damit! Ey, das gibt's doch nicht. Ach komm, der hat uns weggerotzt, das gibt's nicht. Wir sehen uns in Runde 2 wieder. Okay, und das ist die nächste Runde. Und ja, ist schon wieder der Battle-Post. Und ist immer noch der Geburtstag von Fortnite. Ok. Ok, ich möchte aber diesmal irgendwo rausspringen, wo nicht jeder rausspringt. Ich würde gerne mehr als 2 Minuten überleben. Ok, einmal hier raus. Und wir landen wieder beim Black Panther. Er hat immer noch im Maulen eine Kiste. Süß. Süß. Ist auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Starter-Waffe. Wir brauchen jetzt mal Holz. Oder auch Stein. Ok, geht nicht. Ach, weil ich glaube ich bin leicht erkältet. Eine Kiste. Cool. Ganz guter Starter-Loot. Finde ich jetzt. Ok. Ok, wir haben Holz. Ja, das müsste reichen. Dann bauen wir uns mal ins Mull des Panthers. 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 Größer Hund. Ah, cool. Boah, alles grün. Alles grün. Happy und easy. Perfekt. Sehr schön. Cool, ich bleibe 2 Minuten mehr am Leben als vorher. Ey, ist das geil. Das könnte die letzte Runde sein. Aber ich... Oh, ich habe keinen Fallschirm mehr. Das wäre sogar die nächste Runde, wenn ich einfach hier runter springe. Blöde Idee. Also Richtung Stargate. Das sieht aus wie ein Stargate, oder? Seid doch mal ehrlich. Ein halbes Stargate. Und wiii. Noch mehr Star... Yes. Noch mehr Stargates. Nein, da will ich nicht hin. Ja, da möchte ich hin. Nicht zu den schönen Helicarrier. Äh... Boah, wie heißen die Dinger einfach? Eigentlich einfach. Einfach, einfach, einfach heißen die. Wir heißen einfach. Das sind die Landejets. Ah. Die heißen auch Landejets? Nö. Ach, schade. Oh, da schießt einer. Ich will nicht schießen. Da ist einer. Da ist einer. Hu 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 hu. Boah, das ist ein easy kill. Hat der mir was gutes übergelassen? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, die Kiste. Hier ist keine mehr. Muni Ah, ein Looten oder Schüssel Muni erstmal Okay, hier ist gar nichts Ich höre doch eine Kiste Entschuldigung Ich habe gebeuert Was ist ein Kopfsalat Wann habe ich denn das jetzt aufgehoben? Ja, er dachte, er kann mich einfach killen Naja, er geht ganz weit hoch Okay Ah, danke Ja Drei Kills So muss es sein Ey, das wirkt sogar schon fast easy Zu easy Aber er konnte besser bauen als ich Muss man ihm lassen Oder ihr Ja Oh, mein Kreuz So Okay Loot ist eigentlich schon mal stabil Gegner suchen Oh, die Ballons Habe ich schon gemacht Habe ich schon gemacht Habe ich auch das hier Guckt hier Ich habe auch diesen wunderschönen Buben-Buben-Kuchen Weee Der hat ja jeder von uns Aber egal Äh, hallo Bro Ey Kumpel Ich weiß nicht, auf wem du geschossen hast Aber ich war hinter dir Oh, das brauche ich, ne Boah, komm eine blaue Ja, die nehmen wir doch mal mit Äh Ja, scheiß drauf Das war jetzt so früh Aber ey, warum nicht Warum nicht So sieht es doch gut aus So, jetzt suchen wir uns mal direkt einen Kontakt Hä, was war das? Hier ist da noch jemand Hier ist da noch jemand Hier ist da noch jemand Kontakt Wo seid ihr? Oh, Kiste Hallo Ich habe Schüsse gehört Wo seid ihr? Kommt raus Ihr Schweine Wo seid ihr? Außer, dass wir immer noch in der Zone sind Was sehr gut ist Ich glaube hier ist Oh, ich sehe doch was Das war's mit dieser Folge Danke fürs Zusehen Ich wünsche euch einen schönen Tag Einen guten Morgen Und einen noch besseren Abend Ich bin hier mit raus Peace Peace Untertitelung des ZDF, 2020